Wenn die zwei zu viert wären, könnten sie ein Quartett für drei Flöten und Gitarre spielen. Diese Instrumente beherrschen sie nämlich. Katrin spielt Querflöte und Lisa spielt Alt- und Sopranflöte und Gitarre. Unser erstes Zweiergespann im Clip. Hallo, ich bin Katrin und ich bin die Lisa. Ich bin ein Heller-Werderhaar, Herr Röst, Herr Emscht. Ja, die Lisa sind mit mir und jetzt schauen wir uns ein bisschen zu Hause. Das ist das Zimmer von meiner Schwester. Hallo, ich bin die Martina. Das ist das Zimmer von meiner zweiten Schwester. Savine, Savine, die ist eh nicht da. Wo schaut sie eh aus? Fixes Taschengeld kriegst du keins. Was ich gerade brauche? Taschengeld, was genau das kriege ich eigentlich nicht? Ja, sehr gerne. Sie ist eine gute Schülerin. Ich würde mal leben gerne, solange wir nicht Mathe haben. Die Lisa bekommt zur Zeit 200 Schilling Taschengeld im Monat. 100 bis 200 Schilling. Ah, ich glaube, da ist schon was im Busch. Aber der größte Schwab ist immer noch ihr großer Bruder. Sag ihn nicht. So, das war's. Und jetzt viel Spaß mit Er hat mich geküsst. Also wir haben ja bis jetzt nicht so richtig gewusst, was Schub-Schub eigentlich heißt. Ihr? Jedoch jetzt sind wir geläutert. Es ist ein deutlicher Ausruf höchster Verzückung. Ja, eine Erfolgsmeldung. Katrin und Lisa mit Er hat mich geküsst. We are the kids. We got the power. Ich drehe durch, denn er hat mich geküsst. Seit gestern weiß ich, was lieber ist. So sei ich dich noch nie. Ich schwebe mal im Traum. Wir sagten ja, die ich mir verrückt. Der staub ist kaum. Jetzt ist die Riege in der Herbst. Sie ist vorne, ne? Ich hab geküsst. Er hat dich geküsst. Oh yeah. Erzähl mir mehr davon. Was hab ich mitgeteilt? Die ganze Sensation. Doch dann ist das passiert. Ja, wir sind die Riege in der Herbst. Sie ist vorne, ne? Ich hab geküsst. Er hat dich geküsst. Oh yeah. Hab mich geküsst. Oh, 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 oh. Treffer, es ging mitten im Herbst. Mein Puls läuft heiß, jeder Hundert im Sehen. Alles, alles dreht sich im Kreis. Will ihn wiedersehen. Dann muss es lieber sein. Ein wunderbarer Flug. Mal nur beheffen, immer Tagebuch. Schönen, 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 schönen. Er hat dich geküsst. Oh yeah. Hab mich geküsst. Everyone... Macht und Pat! Ja, es hat mich gewirscht. Da blitzst du gein und es war um mich geschehen Vor ihr, das nie wieder erwischt, will sie ihn wieder sehen Dann muss es lieber sein, ein wunderbarer Blut Mal nur bei Hudson, mal Tagebuch Schüttchen, 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 schüttchen Hab schon geküht, er hat dich geküht, oh yeah Hab dich geküht, er hat dich geküht, oh yeah Hab dich geküht, er hat dich geküht, oh yeah Hab dich geküht, er hat dich geküht, oh yeah Hab dich geküht Kathrin und Lisa, lasst mich in eure Mitte Kommt so ein bisschen, ja, ja Aha, Kathrin, du warst vorgestern erst auf einem Konzert Aber das war irgendwie ganz was anderes als heute Was war denn das? Ähm, eine Mischung zwischen Klassik und auch was modernes Mit Streichern und Bläsern Und was hast du da gemacht? Ich hab querfültig gespielt Eben, ne? Sonst könnte es ja jeder Lisa, bei dir ist das wieder was ganz was anderes Du hast ja gesagt, du möchtest auf keinen Fall berühmt werden Ja, stimmt Ja, ob das der richtige Weg ist Heute trittst du im Fernsehen auf Ja, aber das ist nicht weltberühmt Ach so, weltberühmt willst du nicht werden? Ja, also wenn dich in Österreich jeder kennt, damit könntest du leben Das ist mir egal Applaus für Kathrin und Lisa